Und was sagt er? Wenn die Franzosen nicht mehr auftauchen, dann werde ich suspendiert. Ja, sei froh, Riedl. Polizei, das war vielleicht für dich nicht so. Ja, aber das ist doch mein Beruf. Ich kann ja gar nichts anderes. Das ist natürlich scheiße. Nein, er ist doch noch jung. Dem stehen ja alle Türen offen. Genau. Da machst du Gebäudereiniger, Pizzawecker oder Zugbegleiter.